Herzlich Willkommen, ihr Kniften, zur 16. Ausgabe von Skyrim. Wo waren wir denn gestern? Ich hab gestern ja gespielt. Wo waren wir denn gestern? Was war denn gestern der Plan? Ach, ich weiß es, wir wollen durch, genau, äh, hier, ne, Uß den Graf, Uß den Graf und bringe das Horn zu, ne, Horni. Was ist mit dem los? Gold, gib mir Gold, gib mir Gold. Was hat das noch so cooles? Nichts. Ne, was hat denn der da gerade als, achso, die Axt ist aber nur stärker. Eure Lakaien sind langsamer als Argonia in einem Eissturm. Ihr könnt euch gern eine Hacke nehmen und ihn nicht. Ich spüre den Blick wütender Geister. Wir sind hier nicht willkommen. Und noch einer. Äh, willensschwaches Gesindel. Selbst tot sind sie praktisch nützlos. Wir speichern mal. Oh. Verkackt. Ich hab stärkeres Kung-Fu als du. Nicht mehr viel Energy. Alter, wie geil war das denn? Ich hab mir voll eine verpult. In dem Moment, als sie mich gerade, äh, ne, fisten wollte. Tja, wenn ihr mich einfach so angreift. Aber ihr habt aber... Oh, warte. Doch nicht. Die ist ganz okay. Magie. Nehmen. Ich nehm die jetzt einfach erstmal. Und gucke gleich rein, ob ich die wieder anwenden kann. Ah, du bist ja zu mir. Ähm. Noch irgendwas, was ich übersehen hab? Ist sicher voll cool und wertvoll. Na komm. Über die Physik-Engine lässt sich ab und zu auch mal streiten. Hat die mich hier voll zugewichst mit Eis, ne? Diese Eis-Viecher, ey. Ich mag das echt nicht. Ah. Hier ist auch nichts. Okay. Wie machen wir es denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Ach ja, ich wollte... Inventar. Schrift rollen. Bücher... Bücher. Nein, das wollte ich auch nicht. Komm, lass mich. Zauberbuch. Ich will es anwenden. Da. Wir nutzen. Du kennst bereits Heilung. Das kauft Gelb rollen. Huah. Was ist denn da rein jetzt so krass? Wachträume. Lesen. Eine Vision von Solzheim erscheint vor deinen Augen und verschwindet wieder. Okay. Was ist jetzt gerade hier passiert? Ich hab ein Buch gelesen. Das war sicher nicht die unendliche Geschichte. Warte. Was ist das hier? Hm. Das ist ja mal krasser Scheiß. Ich hab was gelesen und auf einmal geht's hier voll ab. Also, hier geht auf jeden Fall irgendwas mächtig. Oh. Kaiserlicher 14. Was hat meiner? Ja. 13. Tja, dann sag ich mal zu dir, guter Bogen, ablegen. Kaiserlicher Bogen, willkommen. Hm. 28. Und nur 6 Gewicht. Meine Bekleidung hat... Wo ist sie denn? Sind alles diese oben? 50. Ah, tut mir leid. Sorry, Bro. Ähm. Ich muss mich darauf einstellen, dass ich halt, ähm... Weniger schleppen kann, weil ich besser geschützt bin. Aber ich bin ja auch so ein Nahkampfidiot. Achso, vielleicht sollte ich mal hier speichern. Hm. Klingt auch wieder cool. Aua. Störpenner. Ach, komm her, ey. Ach, komm her, ey. Es geht mir auf den Sack mit euch. Ja, machst du den jetzt noch kaputt oder muss ich jetzt noch mal zuhören? Danke. Wenn du Hilfe brauchst, sag es doch einfach. Ist doch nicht peinlich. Oh, wie stark war das Schwert? Bekackt. Mhm. Eine 30er Nordkriegs-Axt. Äh, Waffen. Ich glaub, den hau ich echt bald mal weg. Ah, 34er. Oh, was ist denn das hier für einen? Ich sollte auch mal anfangen, mehr mit dem hier zu hauen und auch mal meine Waffen zu verzaubern. Ähm, muss ich mich mal drum kümmern. Feuersalz, äh, Hexenfedern, alles mal mitnehmen. Nur ein Gewichtding. Kann man ja alles verticken, ne? Ich brauch ja auch Kohle. Mhm. Mhm. Und wenn, hab ich auch was, was ich wegschmeißen kann, wenn ich dann doch mal Platz brauche. So. 29, der ist nicht so cool. Oh, der wollte gerade sauber machen und hier ist alles wieder dreckig. Alles dreckig. Jo. Au. Beschwörst einen Schutzgeist für 60. Hab ich so ein Ding nicht noch? Aber ich hab den hier, ne? Starb, das... Ist der. Amnetist. Gold. Fick deine Kriegs-Axt. So. Zaubertrank, Zaubertrank, Zaubertrank. Äh, scheiß auf den Beinen. Kopf, nimm das. Ja. So. Wir F5 in der Runde. Gold. Nichts. Oh, Zaubertrank. Nichts. Der steht schon leer. Hier nicht. Gold. Hm, steht doch leer, Mensch. Die ist doch mal. Vendetta. Äh, das ist irgendwie nichts, was man nehmen kann. Die ist bereits leer. Leer, leer, ja. Ja, ja. Was ist hier? Na, nochmal 8. Aber wenn ich so ein Grabräuber bin, dann kommen die ganzen bösen Geister und sind böse auf mich. Hm. Wie schädigt das Buch? Das brauch ich nicht mitnehmen. Was geht denn hier? Glaub doch mal locker. Ich will doch nur wissen, was hier geht mit diesen... Oh. Jetzt sagt nicht, hier kommt irgendein Rätsel. So. Klar nehm ich den mit. Der bringt's voll. Gold. Gold. Sie ist schon gekommen. Ich kann mein Haus bald mal ein bisschen ausbauen. Obwohl, ne, so viel hab ich gar nicht. 2300, bla. Oh, in dem Topf ist auch nichts. Man muss ja mal gucken. Der steht doch schon leer. Hm. Kleinvieh macht auch Mist. Leer. Das Geheimnis von Prinzessin schießt mich tot. Oh. Brauch ich nicht nehmen. Macht schon Sinn, Bücher mal anzulesen, ne? Wie man gerade gesehen hat. Hier auch noch was drin. Perfekt. Kohle, ey. Es läuft. Hm. Und die Wand sah einfach komisch aus. So, also hier sind diese zwei Dinger. Ah ne, hier. Von hier kamen wir ja. Mehr ist da hinten nicht zu erwarten. Aber irgendwas müssen die Teile doch machen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal Flammen anschmeiße. Und beide. Und beide. Bringt das was? Hm. Nö. Bringt überhaupt nichts. Dann können wir erst mal weiter. Was war das? Was ist hier passiert? Hier ist irgendwas eingebrochen. Okay. Keine Ahnung was. Und wie. Und deswegen. Und bla. Spinnweben. Hier ist eine große Halle. Also gucken wir erst mal hier. Was wollte denn der gerade? Ist ja auch immer sofort den Wert anzeigt. Dass man echt alles verdicken kann. Man kann rein theoretisch den ganzen Tag. Oh cool. Geld, 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 Geld. Ja, jetzt habe ich die blöde Axt genommen. Und auch noch den Krug. Ich Idiot. Inventar. Hm. Muss ich leider fallen lassen. Weil meine Axt ist genauso cool. Und ähm. Diesen blöden Krug auch. Und um diesen Stein kümmere ich mich als nächstes. Echt. Ich will ihn auch endlich loswerden. Ah, ich habe Flammen. Du darfst mit. Hi, na Schatz? So. Weiter geht's. Safen ist besser. Als nicht zu safen. Bringt nichts an zu zünden. Okay, hier gibt es nur eine Truhe. Okay. Steckt das Ziel für 15 Schadenspunkte in Brand. Machen wir doch erstmal. Das, das, was. Ist eine coole Sache. Kann ich auch noch mitnehmen. Aber wenn jetzt noch mehr dazu kommt, dann muss ich es leider wieder. Verkaufen. Also ist jetzt echt nicht geil dieser Durch, ne? Ich will den mal ausrüsten. Ähm. Waffen. Möse. Okay, aber man kann... Man kann natürlich echt schnell zuhauen, ne? Ich habe noch gar nicht mit so einem Durch gekämpft. Und ich kann hier immer noch nebenbei Feuer machen. Das ist schon... Eine coole Angelegenheit. Neue Stufe. Ausdauer. Ja. Zerstörung. 30. War es nicht auch 30, was ich hier brauchte für... Feuer? 30. Feuerzauber bewirken 25% mehr Schaden. Ja. Als nächstes ist es gefordert Stufe 60. Leck mich doch im Arsch. Wundert euch nicht, wenn ihr mal hört, dass ich kaue, ne? Oder hatte ich schon gesagt, dass ich ein Bung-Bung-Lutsche. Okay. Gar nicht so verkehrt. Der war ja ratzfatz hin, ne? Also wirklich jetzt mal. Man kann... Man kann ja wirklich schnell zuhauen. Von daher ist das alles... Gar nicht so verkehrt. Wenn man mal überlegt... Ach, jetzt habe ich auch gerade gesehen... Oh, hier, das ist der Original. Skyrim. Da-da-dum. 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 Da-da-da-da-dum. Da-da-dum. Da-da-dum. Hier. Was? Achso. Du hast die Axt berührt. Die Axt im Haus ersetzt den Zimmermann. Oder wie war das bei Warcraft 3? Was wollte ich denn gerade sagen? Ist gar nicht so verkehrt, mit so einer Waffe hier mal zu kämpfen. Auch wenn die halt weniger Schaden macht. Aber die haut halt öfters rein, ne? Hätte ich nicht schon eine gute Rüstung. Die wäre mein nächster... Favorite. Ich geb's ja auch noch ne Möglichkeit, meine Rüstung leichter zu machen. Mit nem anderen... Weiß ich nicht. So, speichern. Ähm, mit nem anderen, ähm... Stoff... Äh, nicht Stoff. Äh, äh... Material. Mit nem anderen Material. Wie spät haben wir's? Elf. Da angeht noch ein bisschen was. Das Video läuft doch ja 16 Minuten. Mensch, wenn der da was redet, ist der... Cool. Das gefällt mir. Ne, da kommt Wind durch. Hier ist ein Geheimgang. Nein. Kein Geheimgang. Ey, du bist echt gearschfick, Junge. Mein Feuerzauber ist jetzt viel stärker als dein Video. Hier, zack, bumm, ist einem Arsch. Voll geil. Verdammt. Was für ein Anblick. Was willst du denn von mir? So geil. Das ist Skyrim. Versteht er? Guyrim. Okay. Oh, fuck. Schon wieder irgendwelche Pfeilen, die ich ausgelöst habe. Ach, ich brenne. Ist ja Gott sei Dank nicht so schlimm. Was ist mit dem hier los? Guck mal, nur dein Gold. Okay, Guyrim. Da kommen Leute. Mit dem kämpft der denn da schon? Äh, sie. Essen. Zack, bumm, kaputt. Echt, ey. Scheiß auf diesen ganzen Zauberrotz. Oh, konnte das was? Nein. Ja, moine. Was geht denn hier ab? Hm, Gold geht ab. Ja, ich beklau euch mal ein bisschen. Und dann wollte ich hier noch sitzen. Und ich war doch meine Bestellung. Oh, da hinten gibt es frisches Brot. Aber das macht doch auch keinen Sinn. Jetzt sind wir jetzt mal ehrlich. Oh. Zieht euch meine Ausdauer rein. Das ist echt fetzig. Dieser Dolch. Oh Mann, ich sollte mehr mit schnellen Waffen kämpfen. Anstatt hier dämliche Axt reinzuklocken. Dann könnte ich aber auch mit dem Schild kämpfen. Aber das macht dann auch keinen Sinn. Weil das ist nochmal zusätzlich Gewicht. Fleisch. Lavendel. Jabberstrauben. Irgendwas. Brot. Gegrillter Lauf. Violette Bergblume. Alles wird mitgenommen. Was liegt denn da? Oh, Weizen. Ich wollte gerade wieder den Strohwitz machen, aber... Ne, kann man sich sparen. Ja, absolut sparen kann man sich das. Junge, Junge. Du hast deine besten Tage auch hinter. Egal. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich mag diese Dungeons. Echt. Ne, und hier hätte ich gleich schon so eine Vermutung, dass man... Ähm... Ne, wenn das jetzt ein Tomb Raider-Level wäre, ne? Dann musst du das anstoßen, damit da was runterbrennt und... Warum ist da dieses Konstrukt, ne? Das frage ich mich jetzt. Macht alles keinen Sinn. Einfach weiter. Ich bekomme auch richtig Bock, sage ich euch. Ähm... Wenn Skyrim irgendwann zu Ende ist, das haben mir auch schon ein paar Abonnenten ja geschrieben... Ähm... Dass ich mich dann möglicherweise an Oblivion mache. Okay, kommt nachher, ihr Spack. Ja, ja, ja. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh. Ha. Ihm, der Arsch. Echt. Ruhegewalt bringt bei denen am meisten. Warum versuche ich die mal wegzukuckeln? Penner, ey. Aber ein bisschen, ein bisschen ankuckeln ist gut, damit mein Feuer stärker wird. Oh, was ist... Ey, was hängt hier? Griff nehmen. Hier passierte gerade irgendwas. Oh, läuft, ne? Butterweich, ihr Butterweich. So. Ein Trank. Kaputte Bücher. Ein Deutsch. Kaputte, kaputte Bücher. Flasche. Gold, ein Rubin, ein Zaubertrank. Juhu. Langsam habe ich gar keinen Platz mehr in meinem Inventar. Deswegen, äh, können wir auch gleich wieder mal... Au, 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 fuck, 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 fuck. Was verzaubert. Nein, stopp, 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 stopp. Verzauberung wählen. Gegenstand zum Zerstören. Out, bam. Fuck. Oder kombiniere ein Gegenstand, eine Verzauberung und ein Seelenstand und einen magischen Gegenstand herzustellen. Bam, Alter. Das machen wir jetzt. Ähm. Meinen magischen Gegenstand. Gegenstand. Ähm. Wir nehmen jetzt mal... Lasst uns mal diesen Bogen nehmen. Einen kaiserlichen Bogen nehmen wir. Verzaubern. Mit Blitzschaden. Und Seelenstein. Alter, ich habe Seelensteine. Achso. Äh. Ja. Und jetzt Seelenstein. Gefüllt mit großer Seele. So. Aha. Aha. Einfach nur der Wert und die Leiste. Okay. Ähm. Gegenstand umbenennen. F. Igelei. Ich weiß, es ist jetzt nicht sonderlich geil, aber... Herstellen. Joa. Kaiserlöcher Bogen hinzugefügt. Das bin ich krasser Verzauberungstyp. Verzaubern. Blitzschaden. Warum kann ich denn nur Blitzschaden? Ich kann ja mal auch entzaubern. Ja. Feuerschaden. Verzauberung. Was kann die hier noch? Ah. Die Heilskette. Was hat die? Weithändige Angriffe verursachen um 15% höheren Schaden. Davon kann ich ja echt mal eine killen. So, du hast... Veränderungszauber kostet 12% Wimmer. Okay, komm. Wir können die alle mal... Einmal verticken. Steigert die Gesundheit um 20 Punkte. Äh, 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 äh. Kriegen der Schießkurse. Bögen bewirken. Äh, 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 äh. Nein, so reicht das jetzt erstmal. Ähm, verlassen. Raus mit dir. Ähm, was hab ich denn jetzt gerade? Wahrscheinlich hab ich wieder totale Scheiße gebaut und hier da draußen so. Oh, ey, wenn denn da Idiot. So, ich hab gerade Ring der Gesundheit. high ring, äh, Schießkunst. Der bringt gar nichts. Silber. Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüycion. Steigert die Gesundheit. Ich könnte echt die Schießkunst erhöhen, aber das bringt gerade nichts. Amulet. Warte Zeit. Scheiß auf die Wartezeit. Ich nehm jetzt das hier. beidhändige angewandt steigert magiker um zu nehmen ich ja das die wiegen ja gott sei dank gar nicht viel aber ein bisschen mehr magiker ist glaube ich nicht verkehrt so was mit dir hier los hier war ich schön was denn hier löst auch da habe ich doch gezogen habe ich doch müssen wir da weiter sei ich doch die ganze zeit raus es gibt krieg mein säbel juckt was haben wir denn hier leichte an willigkeit für frost treuschädel der kann sich mal treuen und dann haben wir hier nicht dahinter ein loch so witzig ich gehe hier so hin und mache trotzdem mit dem kopf so hinterm schrank ist nichts bist du hässlich du hässliche gefährte meine güte schei ist hier schei guck dir das an hildegard scheiß die wand an ist das schei so wo gehen wir dann weiter ach so ich sollte mal zwischenspeichern es regnet in der höhle welcher spacken hat sich denn das überlegen so aber ich kann nicht doch weg brennen skeletor ja weiß ich doch dich brenn ich bis zur höhle oh burning down the house yeah ich mag dieses spiel so sehr ihr glaubt das gar nicht echt das macht mir so spaß ich bin manchmal genervt aber es macht mir so spaß macht es mir ok hier brennts dein feuer verbrennt mich oh gold ja knell mir the gold warum brennts hier och ich skelle die jungs oh ich brenne war gut dass ich selber ein burning typ bin und mir das eigentlich scheißegal sein kann äh das bringt mir gar nichts den nennen wir weil denselben hab ich doch auch zack und den anderen machen wir jetzt mal mit dem mit dem hier hoch so viel dazu mein feuer ist für'n arsch kann ich die einfach umschubsen uff ne kann ich hier was umschubsen aber wie hab ich denn das hier angemacht oder wie ist das aktiviert worden das interessiert erstmal krank nur wenige würden es wagen diese ruinen zu betreten was euch an weisheit fehlt macht ihr mit mut wieder wett ey was redest du ich bin cooler typ was mir an weisheit fehlt hier kann ich nichts umschubsen nirgendwo hm groß skelett junge tja können wir hier wieder runter der muss aber was cooles haben knochenmehl 60 20% mehr schaden das ist auch cool ja natürlich schön wenn man solche sachen für immer so drauf kloppen kann was ist das hier um da runter zu gucken man kann Schreier lernen wie geil wie geil wie geil oh wie schön das hier aussieht also echt alleine für diese Kulisse großartig so ne so ne Regenhöhle ähm und ich kann nur einen Schreier lernen das ist fett die Frage ist natürlich gegen was für Knifft den ich jetzt gleich kämpfen muss ich höre doch schon diese scheiß Musik hier so Wort der Macht gelernt dahin schwinden ethische Gestalt mal runter tauchen manchmal ist doch alter wie geil ist das denn ich wollte gerade sagen unter so einem Wasserfall manchmal ist doch da was kaputt gemacht hab ich die und das ist echt was dahinter ey alleine dafür dass die sowas eingebaut haben und und ich so ey das feiere ich gerade intensiv erstmal gucken was hier abgeht Gold Zaubertrank Eisenhelm trotzdem ich feiere das gerade das will ich mir mal angucken das Ding ähm echt alleine dass dahinter wirklich was ist ok es ist nicht cool weg mit dir Schwerti da ist mein mein Ding hier geiler aber trotzdem es ist es war jetzt nicht so toll ist hier ein bisschen Kohle und so aber ich hab ne Gänse auch einfach dass es das dass es das jetzt gibt und jetzt hier 10.000 Gegner aber ne alles gut danke für den Schrei Baby ach Mensch heute freue ich mich auch wieder richtig so auf oh ist das jetzt sinnvoll stopp 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 ein ein noch ich will mal gucken wie schwer die Dinger sind wenn du einen noch hast ach das war es auch schon äh Inventar sonstiges ähm ich weiß ja nicht wie wertvoll das Zeug ist was ich gerade abgebaut habe wie ist das Kundum was Kundum Herz ok Erz Kundum Erz ähm ich glaube wenn man das verarbeitet ist das natürlich wieder wertvoller also wir nehmen es einfach mal mit und man braucht es ja auch um um irgendwas zu bauen ne jippa ah der Weg hier runter hat sich schon gelohnt definitiv winziger Seelenstein leer Zaubertrank stellt 50% leer ja ich muss also auf jeden Fall mal wieder ein paar Seelen einfangen dafür muss ich dann diesen Seelenzauber auch auswählen hab ich den schon durchsucht nein sonst hätte der das Gold nicht mehr ähm ich muss auf jeden Fall wieder ein paar Seelen einfangen ich hab gehört äh Riesen Mammuts und was weiß ich nicht alles sind total gut dafür wichtig ist allerdings dass ich ja auch diesen Zauber verwende ne diesen Seelenfang Zauber ähm der aus der Schwarzen Magie den ich ja gebraucht habe um meine Seele zurückzukriegen als ich ein Vampir war für den Fall dass ihr so 800 Folgen verpasst habt seit dem letzten Mal oh ich hab Kribbeln in der Nase dieses Kribbeln in der Nase das du niemals vergisst wenn du zu viel Kokain schnupfst da hätte ich auch lang gekonnt aber wenn ich das richtig sehe ist er nicht mir fehlt noch so eine kleine Zoom-Taste so ähnlich wie bei Minecraft wenn ich irgendwo in die Entfernung gucken möchte dann ähm hab ich gerade in die Infernung gesagt ich meine Entfernung wow 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 ist da ein scheiß Problem okay irgendwie die ganzen Dinger auf damit man da durchkommt okay es hält aber sicher auch ein Stück kümmere ich mich gleich drum jetzt erstmal wird hier geschnitzelt wo ist er ich habe darüber nachgedacht Banditin zu werden aber ich ziehe saubere Kleidung und frischen Mead vor warum denn Bandit was was ach so jetzt weil hier überall die toten Banditen liegen oder okay wie es aussieht muss ich jetzt irgendwas hier machen damit ich da schnell durchkomme ich würde sagen erstmal F5 ähm ich würde sagen ich nehme diesen Sprint oh falsche Taste okay nochmal das habe ich gerade verkackt okay das ist mit der ich muss mich mal wieder anders hinsetzen Rücken schoner hinsetzen ruhig bleiben Vendetta ruhig bleiben lass mich doch durch Triller so oh komm mal her wir beide sind vom gleichen Schicht wie ihr wünscht du Triller nein nein du sollst es aktivieren ihr braucht etwas ich bin der Schatten der hinter euch geht ich bin der Schatten der die Nacht durchflattert so ich hab schon wieder die falsche Taste es ist dann Y ich muss alt gedrückt halten um dann ähm auf Y den schnellen Lauf zu machen es klappt nicht es klappt einfach nicht warum nicht kannst du das dann nicht mal anmachen hier kann ich das auch einfach vielleicht irgendwie anzünden ne hab's geschafft ich hab's geschafft weil ich durch bin ist es auch und hier ist irgendwie eine Falle das ist auch eine Falle der 5 okay hier riecht es förmlich nach Ärger ach quatsch keine Opa ist nur wieder irgendein Spidey Ding wo ist Spidey also ich hör ja dass sie überall klappern ach du Scheiße okay wie entscheidet sich hier so eine Plattform anzugehen und dann wieder nicht wo ist die andere wo ist die andere du gehörst zu mir fuck die hab ich weggebrannt aber sie hat ne Flasche dabei gute Spinne die Spinne ist weggebrannt umifizierte Leiche hat nix Spinnenei besser ist es mal kurz ein bisschen angucken äh ja also ich weiß nicht wie die Dinger hier ne die Dinger mach den Weg frei du kommst nicht vorbei so gesaved soll ich an den Hebel ziehen zieh den Hebel verdammt was für ein Anblick okay was geht hier ab das hat echt was Tomb Raider mäßiges lese Notiz bringe das Horn von Jürgen Winterruf in deinen Besitz trifft dich mit dem Dieb des Horns ach da wurde schon geklaut Drache nimm das doch mal weg Drachenblut ich muss mit euch sprechen dringend mietet das Drachenzimmer im Gasthaus schlafener Riese in Flusswald und ich werde euch treffen ein Freund so ein Penner da hat sich hier schon einer durchgekämmt deswegen gab es hier schon ein paar Leichen aber der hat es nicht nötig der braucht kein Geld ich nehm alles mit mir ist das egal auch wenn ich ein bisschen ein bisschen jeggedidu aussehe weil ich mir hier so viel so viel Kohlen an an äh eigne aber das ist ein cooler Schachzug ne man denkt jetzt oh cool ich hab mein Horn kann los ähm ja obwohl auch irgendwie ein bisschen nervig ich will jetzt auch meine Belohnung jetzt muss ich mir noch ein bisschen Penis treffen das ist hier nichts ja fuck ey ja das ist mir bewusst das hätten die auch schon die ganzen Fallen vorher sagen können hab ich auf okay heizt ja wow fuck you ach komm irgendwas tolles muss doch drinne sein boah das war gerade richtig eklig fürs Auge äh ich wollte mich bewegen also mein mein Körper war darauf eingestellt dass ich mich bewege aber ich war noch in diesem Screen hier und ich hab's schon so rüber gedrückt ich weiß nicht ob ihr das kennt das war gerade ganz krass wo äh also nicht beabsichtigt und so beabsichtigt wow wow die will ich mitnehmen die nicht aber die will ich mitnehmen jetzt muss ich mich von was trennen okay der hat auch 34 aber die Zwergen was ist denn für eine Zeit ach die ist noch vergiftet ne ähm wo ist es denn ja das Ding ist der Hammer das behalte ich äh ja der Hammer ist schon mal nicht so cool weil es immer noch 180 wert aber das ist eigentlich auch egal wenn man sieht dass diese Stäbe ja viel mehr wert sind die Zwergenstreitachs die sieht einfach geil aus und wenn ich die verzauber dann ist sie voll schick und so deswegen aber die wiegt 23 was ist denn mit dem Schwert was ich kaputt ach so das hab ich wirklich richtig geschrottet ach sagt mal was Leute soll ich soll ich den blöden Hammer der echt teuer war wegwerfen ja ne der bringt mir eh kaum Geld ein der hat zwar 35 während die Achs nur 34 hat er bietet aber 26 ach komm scheiß auf den das Gold was ich hier eingesammelt habe ersetzt die Scheiße definitiv sagt euch geizig naja und wenn weiß ich wo er liegt er liegt hier in der blöden Truhe jetzt hab ich den Hammer weggeworfen wahrscheinlich das würde mich nur nochmal interessieren hab ich auch irgendwas bei Bekleidung was ich hätte wegwerfen können was viel schwerer ist ja das ist ja das macht nur 9 Punkte aus ne das macht den Cool nicht fit neun naja 14 Punkte ich muss die Dinger echt verkaufen langsam ne ist okay so wie ich es gemacht hab scheiß drauf Ustengraf Ustengraf Gustav Gust Gustav Eines Morgens eines Morgens bin ich aufgewacht längst bevor der Wecker gekracht hat Ustengraf 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 Warte mal Das hier ist leer Fuck das ist doch da wo ich am Anfang ja klar sonst wäre die Truhe nicht leer Mann I'm in the Chrysal gelaufen Das heißt wir rennen jetzt zurück Fuck warte jetzt will ich ich soll da wieder raus Tiefengewölbe Stop Doch von da bin ich doch ich soll da ich soll da wieder raus ok hab's verstanden Was schlimm mit so viel Ausdauer Kopffußball was war denn jetzt los ich hab doch nur Kopffußball gespielt ich dachte gerade da würde so ein Amnethist oder irgendwie sowas liegen Unschillige Schlachten geschlagen haben große Krieger aber vorüber haben diesen lange nicht vergessen oh diesmal hätte ich sogar mehr Zeit gehabt zu lasen so so meine lieben Freunde wir sind wieder am Tageslicht hat ja nur 40 Minuten gedauert ja wir nehmen jetzt hier noch ein paar Pflänzchen mit einfach weil ich diese Flora Fauna Scheiße hier gar nicht kenne und das da drüben nehme ich auch noch mit das war doch dieses Zeug was mich als Vampir ne macht immer noch dieses Geräusch Nierenwurz so und da vorne rennen wir nochmal hin weil das so altarmäßig aussieht na na oh easy das sieht hier so altarmäßig aus oder ufo ufo landestation mäßig aber my labor thanks for ain't what is this da hinten siehste ich hätte gerne jetzt so ne zoom Funktion what is this oh und da ist noch ein Haus und ein Boot weißt du was Hildegard ich möchte dich umbenennen du hast rote Augen du bist Hildegard wir ducken jetzt hier rüber Hilde komm her oh 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 ich seh den Rotten Punkt oh ich will an Land fuck wo ist ein Drache oder was ist das was da hinten ist ein Dragon oh fuck wow Speichern Speichern komm her Hilde wir müssen ist ein Dragon weg nein da ist er wir müssen kill Objekt ich muss noch meine Waffe zu Favoriten entpacken also machen wir mal Eagle Eye zu Favorit den nehmen wir jetzt mal raus als Favorit mit dem spiele ich so gut wie gar nicht kann ich eigentlich auch verticken die Orkische Klinge kriegt ein Favorit Ladung ist noch alles gut Start der Funken das kann ruhig drinnen bleiben weil es ja Magie Kacke ist wo ist der wo ist der Dragon da hinten so wir nehmen jetzt Eagle Eye ich habe doch gerade noch einen Flügelschlag gesehen fuck verdammt was mit dem Drachen los Kinder okay der hängt irgendwie über der Stadt aber das ist gar nicht das Problem hau jetzt bitte nicht ab ich bin nicht den ganzen Scheißweg umsonst gelaufen jetzt kannst du mich mal im Arsch lecken yes Drache böse Ziel erreicht was willst du eigentlich kommen wir ja dämlicher Drache hab ich dich noch getroffen so und jetzt nehmen wir wie heißt denn die wie heißt denn die das war's Pimmel gehören Gib mir all deiner Kraft Du brauchst sie nicht mehr Einfach mal so nebenbei in den Drachen gelegt Die sind gar nicht so imba Hauptsache die Kraft geht jetzt in mich Yes sir I come to be Ja ich bin ein geiler Typ Sag das doch Sag doch einfach ein bisschen geiler Typ So und jetzt haben wir nämlich ein scheiß Problem Ich kann diese Dinge nicht mitnehmen Das heißt wir machen das folgendermaßen So Ich lege die hier wieder einzeln hin Und habe ja meine Begleitung Hallo Begleitung Ähm sonstiges Da Da Fauen lassen So Wo ist meine Begleitung Begleitung Ja Du musst was für mich tun Ja In Ordnung Was Was Du hast eine sehr sehr geile Stimme So Mache ich Hast du schon gleich alles genommen Ach ne Ach ne Mache ich Mache ich Ist noch eine hingekommen Äh die sind da irgendwie Irgendwie rein oder was Da Nimm das Mache ich Mache ich Das war's ne Hast alles So Ja du nimmst das jetzt mit Ich wollte nur noch zu diesem blöden Haus Da will ich jetzt auch noch hin Ich will mir jetzt wenigstens noch das Haus angucken Und dann fahren wir nach Fluss Also wir fliegen Nach Flusswald Was ich mich jetzt gerade auch frage Wo ist mein bekackter Warte wie geil meine Klinge aussieht Entschuldigt Ähm Mein bekackter Gaul Ich glaube ich gehe richtig Hier ist dieses Ding Hat sich gelohnt da hin zu laufen Hallo 175 Tacken Ich will Ich will mir ein Traumhaus bauen Oh Das ist ja Stopp mal Zwei Monde Und Eine Milky Way Was Was macht da so Lärm Ein Wuchs muss tun Was ein Wuchs tun muss Gib mir all dein Gilt Du kleine Bitch So Da Da ist der Haus Alter dieser Drache Der hat mich jetzt zeitlich ein bisschen zurückgeworfen Oh Kalt Unter Wasser War ich auch noch nicht Erstmal ohne Angriffsmodus Gutes Boot Kann ich Paddel nehmen Dann kann ich dir eine Paddel Verlassene Hütte entdeckt Cool Das nimmt ja schon jegliche Spannung Kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden Ich hab doch einen Dietrich Digga Dietrich Das ist eine schlechte Textur Ähm Tja Wo Um Himmelsweh Ist Ähm Der Schlüssel Hm Das wär eine Frage für Galileo Was ist das? Ah Der Baum brandt Hillgard Hm Kein Schlüssel Ich kann nicht in die verlossene Hütte Das ist wieder sowas mit Äh Auf der Insel Also Sprich Das wär dann hier Hab ich den Schlüssel irgendwo vergraben Hm Ist doch kacke Vielleicht ist der Schlüssel auch im Boot Müssen wir mal gucken hier Boot Laterne nehmen Tja Ne Ne Wie es aussieht Aber es gibt eine Schaufel Das ist ja schon sehr verdächtig Dass es hier eine Schaufel gibt Da muss man sich ja hier irgendwo graben Ich nehm mal die Schaufel In die Hand Das hab ich nämlich auch noch nicht gemacht Das ist bei Waffen ne Schaufel Wo ist denn die Schaufel Ich hab gar keine Schaufel mehr Die Spitzhacke Ah Doch da ist die Schaufel Äh Ausrüsten Du kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten Hm Merkwürdig Ich kann nur diese scheiß Laterne nehmen Brennlaterne Ja ne kommt Leute Macht ja keinen Sinn Wenn ihr wisst Wie ich die verlassene Hütte öffnen kann Bitte schreibt es in die Kommentare Das würde mir Sehr viel Alter was ist da rein Oh man ich entdecke immer neuen Scheiß Nein Du kümmerst dich jetzt um deinen Piss Mein Freund Verlassene Hütte Seht ihr das da auf der Ecke Das sieht so extra markiert aus Das kann auch einfach nur Ja das Brot ist Verlassene Hütte Das ist aber scheiß jetzt drauf So Bin jetzt relativ weit oben Ich soll jetzt nach Flusswald Das ist doch hier unten Wenn mich nicht alles täuscht Ach Mensch Es wird sogar angezeigt Aber vorher machen wir noch Einen Abstecher nach Weißlauf Weil ich möchte gern Mein Zeug loswerden Extra Energy Zum Wachbleiben War ein langer Tag Hab heute gearbeitet Obwohl Sonntag ist Ne Wir haben heute Das kannst du wegstecken Wir haben heute Nur für den Fall Damit ihr mal seht Wie weit ich das im Voraus aufgenommen hab 28. September Ich weiß noch gar nicht Wann es online geht Was braucht ihr? Was wollen diese Krieger Von mir? Besser anderer als ich Ich würde gern Zeug verkaufen Ob ich jetzt schon Zum Schmied gehen kann Ne Machen wir mal Bevor ich wieder Irgendwie blöd hin und her reise Ich wusste ja nicht Dass das geht Reichen ja Ach da reichen Zwei Stunden wahrscheinlich So Ne Noch nicht Dann machen wir noch ne Stunde Aha Das ist natürlich cool Das hätte ich vorher mal wissen müssen Und ich Husche immer hin und her Wir haben kleine Klingen Helme So ziemlich alles Was ihr braucht Warum hab ich denn 36 Bruchsteine Kommen alle weg Ich weiß nicht was man damit macht Krieg ich sicher noch mal wieder Aha Die wollen mich doch verarschen Bei den Wertigkeiten der Gegenstände Leck mich doch im Arsch Bekleidung kann ich bei dir Nein kann ich auch nur die Sachen loswerden Das ist blöd Sonstiges Ich kann auf jeden Fall mal draußen Das Zeug einschmelzen Jo ne Finde ich auch Say to die Ich habe hier einige gute Stücke Geh in der Suche Drinnen gibt es noch mehr Aha Und schon steigert sich der Wert Unfassbar Unfucking fassbar Wie der Wert nach oben geht Habe ich jetzt Meine Meine Barren schon fertig Äh Inventar Sonstiges Um Um Umberto Ne der ist doch noch Kurumbu Äh Ich habe doch noch Warum hat denn der nur einen gemacht Das weiß keiner Ach Man braucht zwei Äh Zwei Erz Für Für ein Barren So was kann ich denn da raus Jetzt zaubern Ich sage nicht Dass ich der beste Schmied In Weislauf bin Diese Ehre gebührt Eol und Braumenge Sein Stahl ist legendär Ich will nur eine faire Schock Ich will keinen Leberbester Ich kann hier Blöden Schmucke machen Baumaterialien Was auch hier mit Ich kann Schlösser machen Toll Schwere Rüstung Ist das sein Kopf oder Alles Kacke Echt Das ist mir alles ein bisschen so Kennt ihr meinen Vater Er ist der Fugt Oben in der Drachen Der Fugt Das ist dein Papa Ja da gratuliere ich aber Da ist meine Perle da Wir beide sind vom gleichen Schlaf Ich freue mich Wenn ihr es wünscht Ja mach ich ne Dann mal los Ja ich geh ja schon Ich würde mal auch interessieren Wo ich den Scheiß los werde So Ich will den auch gar nicht ausrüsten Ich will den ablegen Achso Ist das ne unendlich Kiste Ich werde das Ich habe schon ein paar Schlüssel. Was ich damit machen kann, schwarzes Buch, Wachtürme. Das sollte ich auch erstmal... Questobjekt. Oh. Ich habe ein Questobjekt gefunden. Ohne es gewusst zu haben. Das muss ja bald gewesen sein. Ich habe ja auch schon wieder gute Traglas. So, was ich jetzt aber auch nochmal mache. Aber ich glaube nicht, dass ich das hier gerade großartig benutze. Das kommt jetzt erstmal hier rein. Das und das auch nicht. Das Ding auch erstmal nicht. So. Jetzt habe ich wieder gut Platz. Und jetzt pimpen wir nur noch kurz mein Haus. Und dann geht es weiter. So, wir nehmen die Abkürzung. Jupp. Hoffentlich ist der Vogt da. So. Auf jeden Fall. Also, deswegen mache ich auch bei Skyrim ein Stunden Parts. Weil ich denke, mache ich weniger, ist es nicht so geil. Ne? Also, obwohl ich denke, dass ich irgendwann vielleicht auf 30 Minuten mal runter muss. Ich würde gerne mein Zuhause anrichten. Warum heißt die Borg Tragenfest? Erzählt mir die Stadt, welche Geschichte dieser Stadt. Ich möchte mein Zuhause anrichten. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Und natürlich finde ich... Also, was möchtet ihr gerne kaufen? So. Äh, Eichenmielerbahn. Weiter. Da helfe ich. Und natürlich. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Ähm. Kinderzimmer. Sehr wohl. Ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euch... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Dachboden. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Eichenmielerbahn. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Sehr wohl. Ich werde alles Nötige veranlassen. Oh, meine Eichenmielerbahn. Ich habe euch ein Kinderzimmer. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Scheiße. Jetzt habe ich mir... Habe ich zweimal umsonst gezeigt. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. So. Ich will noch was loswerden. Bei dir kann ich doch verkaufen. Die Götter. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden. Er hat 500. Das nehme ich ihn ab. Nein. So. Hallo. Ja. Ach, machen wir es doch gleich so. Ja. Jetzt ist er blank. Tschüss, du Penner. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr in letzter Zeit ihr zu verkaufen. Ihr wollt also die Arkanen Künste meistern. Seelenstein. Gewöhnlicher Seelenstein. Großer Seelenstein. Gefüllt mit großer Seele. Man kann hier gleich schon was kaufen. Aber dann mache ich mir selber welche. Äh, wieder stehe Zauberkopf. Ja. Ja, 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 ja. Oh. Er schafft 120 Sekunden eine magische Streitachse. Wird beim Wegstecken gebannt. Das ist cool. Ah, Schwert. Schutz. Erhöht den Rüstungswert um 60 Punkte und absorbiert bis zu 60 Schadenspunkte. Der finde ich sicher auch noch. Besänftigen Kreaturen und Personen bis zu Stufe 9. Man weiß ja immer nicht, was Stufe 9 und so ist. Ein Blitz der Gesundheit 25 und mit Magikar halb so viele Punkte Blitzschaden zufügt. Blitzruhne. Explodiert auf eine in der Nähe befindlichen Oberfläche. Gewirkt, wenn Gegner zu nahe kommen. Verursacht 50 Blitzschaden. Das ist cool. Eichenhaut. Steigert den Rüstungswert des Zaubernden 60 Sekunden lang. Eisstachel. Ah, was? Atronachenbeschwören. Beschwört ein Feuer. Atronachen für 60 Sekunden an der Stelle auf der... Das ist auch cool. Ja, Blitzfall. Sehe kriege ich meine ganzen Zauberbücher und kann auch mega abzaubern. Heilt bei Zielen, die keine Untote oder Konsum zählen. Okay. Heilt zaubernden um 10 Punkte. Das habe ich ja. Heldenmut. Das Ziel wird für 60 Sekunden nicht fliehen und erhält einen kleinen Bonus auf Gesundheit und Ausdauer. Das Ziel wird für 60 Sekunden... Okay. Hellsehen. Zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Das ist geil. Das ist wirklich gut. Das ist, äh... Sagt schon. So Dead Space mäßig. Schwebende Lichtquelle. Du bewegst dich 180 Sekunden lang lautloser. Auch cool. Belebt einen mächtigen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Boah. Leichter Schutz. Erhütterus. Da sind schon coole Sachen bei. Eine Lichtkugel, die für 60 Sekunden dort bleibt, wo sie einschlägt. Boom. Untote bis zur Stufe 6 fliehen. Kreaturen und Personen bis zur Stufe 6 greifen 30 Sekunden lang jeden in ihrer Nähe an. Schnellheilung. Heilt den Zaubernden um 50 Punkte. Das ist auch sehr, sehr cool. Ähm, ich hole es mir jetzt aber trotzdem noch nicht sehen. Falle habe ich ja schon gelernt. Steinhaut zum mir wecken. Belebt einen schwachen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Ich finde die Schnellheilung geil. Ach komm. Ich hole mir einfach wieder Kohle. Wo ist es? Da. So. Ich mach dich noch platt. So. 4 Dollar hast du, Penner. Und ich hab das Buch. Vergiss. Oh. Ähm. Jetzt sollten wir vor der Tür machen, bevor es, äh, bevor ich irgendeinen Scheiß anfange hier. Hm, 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 hm. So, wir düsen jetzt schon mal nach Flusslauf. Ne, die ist kacke. Ähm, Flusslauf da. Äh, Flusswald. Flusslauf war auch schon wieder, ne? Game of Thrones. Verdammte Hacke. Mein Pferd ist da. So. Äh, da. Bücher. Ach ne, da. Na, jetzt habe ich gelernt. Schnellheilung. Magie. Es ist alles Magie. Illusion. Furcht. Zerstörung. Flamme und Frostruhne. Explodiert auf einen in der Nähe befindlichen Oberfläche. Gewirkt. Zu nahe 50 Frostschaden. Was bei. 10 Schadenspunkte. Alter, ist das schwach. Das ist wirklich mal schwach. Kosten 237. Warum denn Kosten? Fünf pro Sekunde. Ach so, sind das die, sind, ist das hier unten der Balken? 237. Was habe ich denn überhaupt an? Keine Ahnung. Wir bleiben aber trotzdem leider bei den Flammen, weil... Die Seelenfalle. Das ist klar. Stirbt. Das Ziel innerhalb von 60 Sekunden. Wiederherstellung. Da. Schnellheilung. Halt den Zaubernden. Das ist viel besser. Ich sollte das mal in den Favoriten mit reinnehmen. Die Heilung allgemein mal rausnehmen. Wir machen jetzt mal Schnellheilung. Schreie. Äh, der Tu umgreift die Leere selbst. Du kannst weder verletzt werden, noch jemanden verletzen. Coole Sache. Aber ich brauche hier noch... Ne, wo brauche ich denn den dritten Schrei? Weil unerbittliche Macht, glaube ich, ne? Brauche ich noch. Was habe ich hier? Schlangenstein. Nehme dein Ziel fünf Sekunden lang und ver... Ursache 25 Punkte Schaden. Adrenalinschub habe ich benutzt. Aktive Effekte. Steigert die Gesundheit. Ach so, das ist das, was ich durch die Dings habe. Okay, meine lieben Freunde. Der Vendetta, das bin ich, der geht jetzt erstmal schiffen. Wir haben die Stunde erreicht und wer uns das Horn geklaut hat von Jürgen, das erfahrt ihr im nächsten Video. Also haut rein und bis denne. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.